so ja gute gesagt wir kommen in einer neuen folge und ins kochstudio heute machen wir eine leicht sommerliche speise kommt aus moritius diesem sinne dranbleiben es lohnt sich ja und zwar brauchen wir dafür relativ simpel das ich habe das hier neulich beim kollegen gegessen hat das gerade frisch zubereitet das ist eine creme ist das das ist so ein so ein so ein tipp so ein tipp da mache ich nachher noch ein bisschen geflügel dazu paputen filets das kommt dann alles in so eine pita tasche kommt das rein und ja dann kommt noch ein bisschen frische tomaten dazu aber das seht ihr doch wahrscheinlich am ende das ende ergebnis oder wie auch immer wie man sich so ein ding stopft gut aber jetzt erst mal zu den zutaten also das allererste was man braucht ganz wichtig das ist eine handvoll frische frische chilis ein bisschen ingwer ein apfel knoblauch salz pfeffer eine prise zucker olivenöl und weil ich es gern ein bisschen säuerlich wäre mir vorstellen kann das ergebnis habe ich mir hier so ein zitronen olivenöl spree mal besorgt war jetzt nicht günstig aber mal gucken was das kann eine limette kommt dazu so damit ja wenn wir zwar anfangen das zuzuschnippeln erstmal schneiden wir die die pfeffer die pfeffer die chili ist klar auf so jetzt Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020